Der heutige Abend ist ein Abend sehr zwiespältiger Gefühle. Wir haben schmerzliche Verluste erlitten, das macht uns demütig, das nehmen wir ernst. Wir haben aber auch gesehen, es lohnt sich zu kämpfen. Wir hatten zwei Wahlziele. Wir wollten klar stärkste Fraktion werden und wir wollten erreichen, dass gegen die Union keine Regierung gebildet werden kann. Stand heute, Stand Moment, ist uns beides gelungen, liebe Freunde. Mission completed. 16 Landtage sind geschafft. Wir sitzen im Deutschen Bundestag als stärkste Oppositionskraft. Wir sitzen im Europaparlament. Noch bin ich da ganz allein, das ändern wir nächstes Jahr ganz entscheidend. Und jetzt sitzen wir in 16 Landtagen dieser Republik. Damit kann man Politik gestalten und wir sind angetreten, um Politik zu gestalten. Und wir werden in diesem Land Politik gestalten. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.